Grüß Gott. Grüß Gott, Brief von München. Sind Sie die Haushälterin vom Herrn Elversfeld? Nein, ich bin die Frau vom Herrn Elversfeld. Worum geht's denn? Gehört ihm die Bronze? Nein. Nie gesehen? Nein, wieso? Aber Sie haben doch Personal. Nein, wozu denn? Ich bin die Frau vom Herrn Elversfeld, wir haben drei Töchter, vier Frauen im Haus. Ja, dann. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen.